Hallo meine kleinen Wölfleins, Willkommen zu Red Dead Redemption 2 mit unserem kranken Arter. Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie es weiter geht. Es war ja wirklich eine unschöne Information, die wir da bekommen haben, da ist ein paar gezeichnet. Oh, jetzt ist die Nona. Hallo. Be a missionary, he's a lovely man. Sure. And how are you? Never better. Are you sure? I'm quite sure, sister. You know, a long time ago, I was like you. I very much doubt that. Oh, no, I did terrible things, awful things. And I could not stop doing terrible things because I did not believe that goodness existed. And then one day, I saw that love did exist, and ever since then, doing bad things became, well, not impossible, but ridiculous. I guess I'm just hoping for a dignified exit. I shall pray for you. Oh, I'm not a religious man, sister. I'm an outlaw. What fun. Religion is just a word. Hearts are rarely pure, but equally they are rarely impure either. Well, that's an interesting way of putting it. To me, God is people, and people are God, so we must all do what we can. These people are starving. Go find them some food. Don't worry so much about your heart. The actions will lead. And the heart follows. I'll still think of you in very nasty terms, as you wish. Okay. Okay, komm, dann spenden wir doch ein bisschen was zu essen, oder? Da. Da. Können wir noch was spenden. Da. Das ist noch nicht gekocht, ne? Dann nehme ich das da noch. Da. Ah, eins muss ich noch spenden. Okay. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ich hab noch was. Kann ich nicht noch mal was? Hallo? Kann ich jetzt nicht noch mal? Doch, jetzt. Essen spenden, dann kriegt ihr halt noch mal hier sowas. Bitteschön. Okay. Irgendwie ist hier noch nicht cool. I will subject you to any more benevolence. Ja, Mist. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder. Da ist ein Pferd. Na. Was wollten wir jetzt machen? Wir wollten jetzt zu Sadie gehen, ne? Ne, wir machen jetzt erstmal... Ja, doch, wir gehen zu Sadie. Hoppala. Kopfgeld kann ich immer noch bezahlen. Ich hatte mich ja schlau gemacht. Also, Red Dead Dead spielt ja 1899. Und da war Tuberkulosa natürlich noch nicht heilbar. Also, ich denke, wir wissen, was das bedeutet. Also, ich hoffe es natürlich nicht, aber... Ich glaube nicht, dass wir das irgendwie aufhalten können. Na ja, jetzt schauen wir erstmal, was Sadie von uns möchte. Was? Was denn? Kann ich euch rumrennen? Komm, verzieht euch. Oder kann ich die einfangen? Ich weiß es nicht. Warte mal, ich laufe die auch so rum. Ich will halt nur nicht... Nee, komm. Nee, 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 nee. Keine Lust, wieder ausgeraubt zu werden oder so. Das mach ich nicht. So. Wir gehen jetzt da rein. Wo ist er denn? Ja, ich will landen aufhören. Was ist passiert in... Ach Lenny, du warst so ein Guter. Aber fällt euch nicht auf, wie scheiße Arta eigentlich aussieht? Achso, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aber bevor wir etwas machen, wir müssen sicher, dass John sogar noch in dieser Präsenz. Und wie machen wir das? Wir müssen auf die Höhe genug, um ein properer Blick auf den Ort. Was? Es ist auf einer Isle, nicht wahr? Nichts, wenn du an, wenn du an lernen, wie zu fliehen willst. Das ist genau das, was wir machen. Ich habe uns ein hoher Ballon geblieben. Du bist nicht seriös. Jetzt, der Pilot, oder was du ihn nennen, er denkt, dass wir nur in es für eine Lehre sind. Ein bisschen eine Tour. Er ist ziemlich der Charakter. Ich denke, du mag ihn. Du wißt du, ich bin beeindruckt. Du hast wirklich alles aufgerufen, hast du? Hey, wir wussten nicht, ob du sogar wieder zurückkriegst. Die ganze Sache hat die Leute wirklich hart. Du kannst es sehen. Karen hat sich vollkommen in der Bühne. Strauss hat sich eine Backe von Nürn. Swanson hat... Well, Swanson hat eigentlich geholfen und geholfen. Also, ich denke, es ist nicht alles zu schade. Ich bin nur glücklich, dass die Leute in uns gekommen sind. Javier hat gesagt, er hat die Liste, die ich in der Post Office gelegt. Das war eine gute Idee. Bis die Pinkertons kam. Oh, by the way, I've been hunting O'Driscoll boys. Killed two of the sons of bitches at a campsite last week. What? Yeah, seems they've drifted down this way now. You're a busy woman, Sadie Adler. Oh, she a beauty, ain't she? From here on the ground, yes. Mr. Bullard? Hm. Mr. Bullard? Ah, Mrs. Adler. It's good to see you. Good to see you. This is my friend I told you about, Mr. Morgan. Ah, yes, Arturo Bullard. At your service, sir. At your service. Arthur Morgan. Well, it's a nice, fresh day for flying, sir. A day like today, an Icarus would have made it across the sea. Have you ever flown before, sir? No. It's quite a thing. Quite a thing. Now, put these on and hop in! Well, ain't she coming? Well, women can't fly, sir. Are you insane? They can't. Oh, no, sir. It does terrible damage to them, to their vapors. I thought everyone knew about that. Why a delicate flower like Mrs. Adler? Heavens above! Or below. Where'd you find this guy? I told you you two would get on. Well, I'm always curious about that. Well, I'm always curious about that. Well, I'm always curious about that. Well, you boys have fun! How did you get out of this? Okay. 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 Okay, Mr. Bullard, I've had a client once who fell foul to a rotten oyster on the ascent. A decidedly harrowing experience for all involved. Keep going, sir! We need to get up above the clouds. It really is stunning up there. You'll have seen nothing like it. I see here with the whole Nebel nix. Die Wolken schauen jetzt auch nicht unbedingt so gut aus. Alright then, let's break through these clouds. Krass. The same thing is down to the right. Maybe it's yellow. I'm on the right side. So keep her around this head. I'll try. This particular vessel is state of the art, sir. Imported from Europe. Won't find more than a cup of these on this side of the pump. So long as it works. Bei uns sieht es gerade nicht so schnell aus, aber wenn man auf die Minimap guckt... You sure you shouldn't be doing this? Oh, not at all. A child could operate this with a little supervision. Besides, Mrs. Adler told me you were very keen to learn the ropes. And we have plenty of those. She did, did she? I feel like we need a bit more of that, so that we don't know what it looks like. Wait. She's a keen student of the Italianate. My brother's called Baldassario, so you could say I got off lightly. Look, I'm trying to concentrate here. She's not a nice hand, Denise. Did you breakfast in the city this morning, Mr. Morgan? Not exactly. Well, I have a boiled egg in my pocket here that you're very welcome to. I think I'm all right, thank you. Recalling the ablutions discussion. Well, just say the word. I'm just wondering... Do they actually come with us, or how do they come with us? Well, it seems this Insel to be, right? If I may ask, what got you interested in the pursuit of aviation? I didn't exactly. Mrs. Adler thought she'd surprised. Ah, a very nice woman. And no shrieking violet. Definitely not. I prefer slightly more feminine attire on a lady, but variety is the very spice of life, as they say. Or is it, though? Did you know they locked up the man who wrote that in a mental asylum? I did not, Mr. Bullard. See that building up ahead on the island? That's the infamous Sisica Penitentiary. Oh, no, no. There's a lot of things. What's wrong with you? Sorry, we're going in for a closer look. Oh. Hä? Oh, I have a fucking piece of paper. Okay, gut, gut, gut. Keine Ahnung, ich habe das irgendwie gerade so aufgedrückt oder so, ich weiß es nicht. Ja, das ist okay für mich. Ich hoffe, ich kann jetzt wieder drücken. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Bis jetzt, vor lauter Nebel, nicht so viel. Die Höhenempfehlung sinkt jetzt auch so ein wenig. Okay, jetzt ist sie weg. Kann auch nichts drücken jetzt, okay. Ich weiß, Herr Bullard, und hier, take over. Und keep us well away. Ich werde mein Best. Das Fälle ist nicht die Eizigste zu kontrollieren, du weißt. Wir müssen, äh, denken wir nachher zurück. Das ist nicht ihn. Okay, hier bei der Barre. Das ist bei der Seite. Das ist nicht, John. Nicht in dieser Feld. Ist er doch, oder? Ja, da ist er. Oh. Man hat uns geholen, okay, 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 okay. Oh Gott. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, 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 ich mach doch, ich mach, ich mach. Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Aber, 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 oh Gott. Oh Gott. Oh, nee, 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 nee. Okay, gut. Das war knapp. Das war wirklich knapp. All right, wir sind in der Kluge, jetzt, Herr Bullard. Und, um, um. Good Lord, mein Herz ist verletzt. Ich muss sagen, die Begriffe dieser Arbeit sind nicht zu mir, als fission. Well, es ist jetzt fertig. Oh, das ist nicht gut. Ja, natürlich, mit mir gibt es immer Ärger. Ja, natürlich, mit mir geht's. Ja, natürlich, mit mir geht's. Oh, ich hab keine Finger mehr. Nein, warte, Moment, Moment. Oh, ich kann kaum fielen. Er ist tot. Ich treffe nichts mehr. Ich bin nicht getroffen, nicht getroffen, nicht getroffen. Immer noch nicht getroffen. Jetzt hab ich getroffen. Jetzt hab ich getroffen. Hab ich getroffen. Da hinten ist noch einer. Okay, getroffen. Oh, da kommen noch mehr. Hoppen. Hoppen. Ei, ei, ei. Was ist das jetzt? Was? Was? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, 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 okay. Komm, 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 komm. Ich geh jetzt. Oh, muss ich dich jetzt noch hochziehen? Oh, zieh, 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 zieh. Ja, 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 ich mach doch. Doch, 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 ich habe mich vergesst, dass wir in der Hand sind. Komm da! Ja, ich bin noch da. Oh Gott. Oh Gott. Ich denke, wir werden crashen. Wir haben eine wirkliche Habe zu sehen, ob ihr Sorkar. Hörst du? Nein, wenigstens hat das Wasser sich nicht abgefallen. Oh ja ja. Oh ja ja. Okay, okay, okay. Warte. Ähm. Da. Man sollte auch zielen können, ne? Ich will nicht gerade zwar keep that eye, aber... Ich will nicht gerade zwar keep that eye, aber... Ich will nicht. Was ist hinter uns? Ich bin nicht weggeschlagen. Und... Ich bin nicht ziel und fuhr. Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? W Millige, wie geht das? Woh, ich bin der Baum, ich bin der Baum. Is der Baum... Der Baum, der Baum, der Baum, der Baum warst. Wir müssen das. Wie geht das? Wie geht das? Oh Gott, da kommen ja noch mehr. Was machst du, Sadie? Okay, okay, okay. So. So. Haben wir alle? Okay. So, da haben wir alle. Kann ich den bitte noch mal, he. Ich bin nicht mehr auf. Das war's. We're on problems with the law, in case you ain't noticed. Dutch will want to see him swing. Sure, Dutch. He wouldn't even help us with Marston. And our situation is really messed up right now. You know how things is. Bastard's gonna swing. I'm gonna make sure of it. Closely followed by Marston! You saw him? Yes, in the fields. Okay. Then we go rescue him. From a state penitentiary? No. But from the fields? Yes. That we can manage. It's well guarded. Guarded, sure. But not behind bars. No, it's not behind bars. That's not the power power. That's how we'll do it. Bust him from his work detail. I guess. It's best just the two of us go. The two of us is all there is, anyhow. Good. Because two is all we'll need. I'll get us a boat. A little one. And we'll sneak in and get him out of there. Meet me a Copperhead Landon. Thank you, Arthur. Whatever you say, boss. I heard that. Ei, 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 ei. Warte mal. Was haben wir da? Erfahrungsgemäß wird irgendwo Leichen rumliegen. Kommt irgendwo eine Gesetzeshüter. Deswegen gehe ich jetzt einfach. Eigentlich wollte ich noch was plündern. Wir bringen uns jetzt erstmal ein bisschen weit ab hier vom Schuss. Gucken wir mal kurz. Ja, da wartet man jetzt eigentlich nicht rein. Äh, was ist das Gebiet? Müssen wir. Erstmal meiden. Warte mal, da war doch gerade irgendwo. Ach, da oben. Ähm. Edit Downs. Leopold ist zu aus. Dann würde ich doch sagen, gehen wir doch mal hier zur, zur Downs. Aber, das würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Ciao. Ciao.